Hallo und herzlich willkommen bei RedHogCamping. Ich bin heute für auf die Art nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel, Looney Tunes Vault of Mayhem. Viel Spaß! Und da sind wir auch schon. Bartak, Red Bartak, das bin ich. Levy920, es passt. Schaubis wollen wir jetzt nicht drücken, das ist hier Werbung. Ich glaube ich muss drücken, ja. Oh doch keine Werbung. Ich dachte das wäre Werbung. Okay, Schaubis fertig. Einsammeln 5000 Looney Tunes Vault, das ist gut. Nicht viel, aber gut. Aber ansonsten ist es meistens gut. Ist die Werbung muss auch sein? Ja. Salom Dock. Daffy Duck. Daffy Duck. Wo ist Daffy Duck? Ha, den kann ich gar nicht nehmen. Warum steht da, dass ich das machen soll, wenn ich das gar nicht spielen kann? Verstehe ich nicht. Bei Rampartag sind es zwei. Oh, ich habe zwei neue Titel. Rampartag. Arena. Wir gehen erstmal auf die Suche nach der Arena. Währenddessen können wir ja... ...und dann noch mal machen. Wir müssen noch zwölf Mal schaffen. Kann ich gar nicht. Okay. Kann halt nicht. Dann gehen wir weiter. Da haben wir tägliche Herausforderung. Jetzt spielen. Ich bin gespannt, was das für eine Herausforderung ist. Ach, das und das. Ich darf jetzt eine Schweine nicht haben. Oh. Ah, den darf ich nicht haben. Den Koyote. So. Oh. Bei uns. Verlassen. Verlassen. Weiter. Genau. Da ist noch eine tägliche Herausforderung. Da. Akt 7. Du, 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 du. Du, 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 du. Es ist aber ein bisschen langsamer hier, das habe ich schon mal schnell gesehen. Das war noch Zeit, Commodore, selber Programme schreiben, Spiele schreiben. 3 Sterne. Weiter geht's, hier haben wir noch einen. Da habe ich noch dafür gedacht, glaube ich. Einschlafen. Oder habe ich nicht gedrückt? Doch, die leuchtet hier nichts. Der leuchtet, aber die nicht. Also, ich habe gedrückt. Aber drücken. Und wen muss ich? Geht auch nicht. Okay, was haben wir noch hier? Die Bank. Was gibt es bei der Bank? Ach, das war hier mit dem Thron. Wer sollst du bewachen? Natürlich die stärksten. Und wie lange? Acht Stunden, aber sieben halben Stunden. Wow, das ist eine lange Zeit. Was haben wir hier noch? Seiisch. Oh, was ich nichtença. So, was haben wir festive gemacht? Super? Me bist du wohinった. Ich fühle michatherine bisschen zu viel. ix Geweich. Stefan. Lasst die p Butt lambda kann spätigen. Ich fühle mich. Da bin ich nicht. Dann mache ich noch mal richtig? Falle Mond aufmachen. Dann kommt mir wieder als gut fest. Ich in 500 obedient续. War ich gerade reingeschlafen? Eieieiei Bin ich fertig? Bin ich fertig meine Güte Gleich bin ich fertig Und dann kann ich mein Ticket holen Das Rad Ticklich Oh yeah 13 Gut Ich bin wieder 15 Okay Toll sauce Ich bin wieder 15 Wollt 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 Sammlung. Ich habe nur noch die Sammlung. Ich bin so müde. Es wird schon gearbeitet. Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich bin so müde. So. Du 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 du. Immer noch. Immer noch. Mensch jetzt geht es einfach mal. Ich würde jetzt eine Gruppe machen, wo nur diese Kleeblätter drauf sind. Da ist einer. Da. Ja. Ach ja. Ist das schlimm hier. Komm wir mal noch ein Kampf. Stufe, 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 Stufe. Eins haben wir hier noch. Du. 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 Das nächste Mal wird es bestimmt besser. Deswegen sage ich Dankeschön für die Zuschauer. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Bis dann.